Paul Breitner schwelgt in Erinnerungen. Bei der Vorstellung eines Bildbandes über 115 Jahre FC Bayern werden Anekdoten von damals erzählt. Die Geschichte des Rekordmeisters hat er mitgeprägt, ebenso wie auch Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge oder Gerd Müller. Gerade dessen Tore machten den FC Bayern Mitte der 70er Jahre zu einem der erfolgreichsten Vereine der Welt. Seine schwere Erkrankung bedrückt nicht nur viele Bayern-Fans und Fußball-Deutschland, sondern vor allem auch seine damaligen Mitspieler. Bewegende Worte. Wissen Sie, es war für mich nicht der Schockmoment, wie für viele, die vor ein paar Tagen die Schlagzeilen gelesen haben und gesehen haben. Ich habe die Entwicklung bis zu dem Moment, an dem er in dieses Pflegeheim kam, ja miterlebt. Ich habe ja über all die Jahre Kontakt zu ihm gehabt. Wir haben uns ja immer wieder getroffen. Es ist doch logisch, an der Säbener Straße hier in der Allianz Arena. Und ich habe die Entwicklung eben leider miterleben müssen. Und wenn ich da was Privates sagen darf, dann tut es natürlich ganz besonders weh, wenn man einen wunderbaren Menschen, wenn man einen sehr, sehr guten Freund einfach sieht, in welche Richtung sein Zustand geht. Deshalb alle Fälle. Und das, was ich vorhin über Gerd gesagt habe, ist etwas, was ich seit jeher verzapft habe, was ich seit jeher ausgesprochen habe. Nämlich vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, wenn jemand mich über den FC Bayern gefragt hat, wer ist der Wichtigste in den Geschichten, habe ich immer gesagt, der Gerd, immer der Gerd, weil es gibt wunderbare Mannschaften, es gibt wunderbare Spieler, die nie ganz große werden, weil es keinen haben, der sie zu dem Großen macht. Ohne Gerd Müller wäre ich heute nicht hier. Ohne Gerd Müller wäre nicht nur die Geschichte des FC Bayern, egal in welche andere Richtung, gelaufen. Es wären auch persönliche Schicksale, persönliche Entwicklungen. Das Leben vieler, die mit ihm gespielt haben oder die Fußball gespielt haben, anders gelaufen, wenn er eben nicht der Gerd Müller gewesen wäre, wie wir ihn erleben durften, der eben alle diese entscheidenden Tode erzielt hat, um uns zu dem zu machen, was wir sind.